Spekulationen im Raum. Spekulationen kommentieren wir nicht, beschäftigt uns nicht, interessiert uns nicht. Sondern uns interessiert das wichtige Champions-League-Spiel morgen und eine gute Leistung von Christo. Ähnlich wie gegen Bochum. Das ist das einzig Wichtige. Über Spekulationen reden wir wenig. Manchmal gibt es ein bisschen Spaß untereinander. Aber trotzdem, er weiß selber, dass er Spieler ist von uns und er muss das Beste tun für uns. Wir wissen dasselbe, dass er alles für die Mannschaft machen wird. Und bis es nicht offiziell ist oder irgendwas, dann reden wir darüber nicht.